Sehen Sie mich doch an. Sehen Sie mich doch bloß mal an. Miras Haare. Miras Eyeliner, Miras Kleider. Das habe ich für ihn getan. Damit er sich vorstellen kann, er hält Sie im Arm. Sie vor 20 Jahren. Wissen Sie, wie demütigend das ist? Hat er Sie dazu gezwungen? Nein. Ich habe mich gezwungen. Weil ich ihn geliebt habe. Was hat die denn schon? Was denn? Die nutzt ihn doch nur aus. Ich habe gewusst, dass sie ihn nicht in Ruhe lässt. Warum denn noch reden? Sie wissen doch, wer es war. Wir wissen gar nichts. Wo waren Sie denn heute? Zwischen eins und halb drei. In der Stadt. Hier ist es abgeredet. Warum mussten Sie sich abreagieren? Ja. Ich frage Sie noch mal, warum mussten Sie sich abreagieren? Dieter und ich hatten Krach. Und? Gott. Mein Schmuck ist weg. Ihr Schmuck? Seit wann? Gestern war er noch da. Wer wusste davon? Dieter und ich habe keinem was erzählt. War der Schmuck wertvoll? Wertvoll, ja. Davon und ich leben, wenn... Wenn was? Tja. Haben Sie doch über Belege. Dann zeigen Sie sie mir bitte. Dann zeigen Sie sie mir bitte. Frau Fritsch, wir werden den Täter finden. Frau Fritsch, Frau Fritsch. Komm her. рупUL.